Heute startet unsere Harzreise. Für eine Woche wollen wir hier durch den Harz wandern und haben eigentlich gar keinen richtigen Plan, aber das ist quasi der Plan. Wir haben hier in dieser wunderschönen blauen Villa geschlafen bei Stefan, den wir gestern in der Kneipe kennengelernt haben Die erste Nacht draußen war richtig kalt. Zum Glück hier trocken, obwohl es regnet. Ziemlich hart, ziemlich ungemütlich. Wir freuen uns auf einen Kaffee. Ja, ich sitze hier zwischen Erwin und Robert. Hier haben wir die letzte Nacht verbracht. Wir standen gestern im strömenden Regen vor der Tür und haben uns eigentlich darauf eingestellt, jetzt lange wandern zu gehen. Und dann kam zum Glück Erwin aus der Tür und dann sind wir gleich mit rein und wurden von den zwei riesigen Hunden empfangen und hatten hier eine richtig gute Zeit. Ich weiß nicht, wie ist es euch gegangen? Hat uns gefreut. Besuch. Von der Vorderkant zu Vorderkant. Von der Vorderkant zu Vorderkant. Von der Vorderkant zu Vorderkant. Wir sind mitten im Wald, haben gerade Feuer gemacht, das Grasen zusammenfällt. Es wird bestimmt trotzdem richtig gemütlich. Ich muss mich da wahrscheinlich noch kümmern. So, gute Nacht. oder wie sieht es euch einige Leute machen. Ich kann euch dann mal alleine beziehen. Untertitelung. BR 2018